Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Outpost von Who Dares Wins. Das hat ja hier richtig Geschwindigkeit. Wir haben quasi in der ersten Folge uns den ersten Außenposten angesehen. Der war ja relativ schnell erobert. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier im zweiten Outpost erwartet. Wir haben ja wieder diese wunderschönen Bäume. Leider keine Palmen. Ich liebe Palmen. Und hier haben wir einen Baumstamm ohne Laub. Das ist ja schon interessant. Und vor allen Dingen interessant ist es, dass wir Herbst haben. Der schöne Herbst. Die gelben Blätter. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass hier nicht irgendein Zug kommt. Weil in der Regel genau, ja, wieder eine Granate verschwendet. Oh, sehr gut. Ah, ich finde das herrlich, diese Animation. Finde ich sehr nett. Geht doch nicht. Ich dachte eigentlich, in einem Kommando-Video habe ich gesagt, dass wir hier die Möglichkeit haben, ja, verdammt zu spät. Zu langsam. So, ein kleines Granätchen. Sehr gut. Ja, das war nicht so gut. Ach ja, Mist. Mist, 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 Mist. Oh. Oh. Das hat jetzt keiner gesehen. Oh, der Zug ist schon vorbei. Das macht gar nichts. Jetzt eine Granate. Gut. Das nutzt da gar nichts. Immerhin. Ein Vorteil gegenüber Kommando. Man kann die Granate auch schräg schießen. Das ist nicht, ich meine, bei Kommando nicht möglich. Sehr schön. So, wollen wir mal schauen, welche fiesen Fallen und Hindernisse hier noch gibt. Okay, hier ist ein Auto gewesen. So, der ist auch tot. Nochmal ganz kurz der Check. Wo wirklich von der einen, ja, von der einen bis zur anderen Seite schießen kann. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist bei Kommando auch nicht so. So, wollen wir mal gucken. Nee, 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 nee. So, Granatschen. Eingesammelt. Sieben haben wir jetzt. Gott sei Dank. Obwohl, nicht den Tag vom Abend loben, weil es gibt bisher noch keine... Was wollte ich sagen? Keine Panzerwerfer, aber wir haben hier einen kleinen Panzer. Oh, habe ich schon wieder das Kanonenboot getroffen? Getroffen, das ist hervorragend. Leider muss ich jetzt mal einen Mangel aussprechen. Wir haben immer noch... Na, immerhin habe ich noch den Panzer erwischt. Bisher gibt es tatsächlich nur diese Art von Bäumen. Ja. So. So, jetzt wollen wir einfach mal hier... Na gut. Ja. Der wartet anscheinend mit dem Schießen, bis ich komme. So, die nehmen wir uns mit. Weil ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, dass wir... So, jetzt machen wir mal hier hinter den Baum. Ja. Ja, 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 ja. Er schießt nicht. Ja. Der ist schon gesteuert. Also müssen wir hier etwas mit Bedacht, mit Obacht vorgehen. So, jetzt könnt ihr euch wenigstens nicht beschweren, dass das Video... Nicht so lange dauert, wie... Oh, Frechheit. Der schießt einfach durch den Baum durch. Gut. Ich bin natürlich auch ein bisschen dicker... ...als der Baum. So, jetzt bist du tot, Freundchen. Ha. Ausgetrickst. Der läuft mir hinterher. Uah. So. Voll die Lame-Position hier mal wieder. Ordentlich in die Tasten hauen. Oh, das war schon. Outpost 2. Captured. 2 natürlich. Adult-Dies. 3 nicht.